Liebe Reisegemeinde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Kamera ist bereits gepackt. Heute geht es nach Nimmwegen in den Niederlanden zu einem Spaziergang durch die City. Außerdem schauen wir uns an, was das Hochwasser in der City angerichtet hat. Nimmwegen ist die älteste Stadt der Niederlande und liegt in der Provinz Gelderland. Aber wie man so sagt, Old City Young Vibe. In Nimmwegen gibt es jede Menge Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, ein ausgeprägtes Nachtleben und Museen. Außerdem finden hier nahezu das ganze Jahr über Festival statt. Die Altstadt und die gesamte Fußgängerzone ist ein Paradies für alle, die gerne shoppen gehen. Von Bekleidung über Blumen, Elektronik, Inneneinrichtung bis hin zu Haushaltswaren ist alles dabei. In der Altstadt gibt es jede Menge historische Gebäude zu entdecken. Der Grote Markt ist der Mittelpunkt der Altstadt. Nimmwegen liegt nur knapp 15 Kilometer entfernt von den deutschen Gemeinden Kranenburg und Kleve. Somit bietet sich ein Besuch vom Niederrhein aus an. Meine Empfehlung ist, für einen Aussuch nach Nimmwegen einen ganzen Tag einzuplanen. Neuberganget zu planen und das Untertitelung des ZDF, 2020 Die Walkade ist die Promenade entlang der Wal. Sie ist der südliche und breitere der beiden großen Mündungsarme des Rheins in die Nordsee. Hier an der Promenade kann man bei einem Spaziergang die Seele baumeln lassen. Flusskreuzfahrtschiffe legen an der Wal Nähe der Altstadt an. Bei unserem Besuch im Dezember 2023 sieht man noch deutlich, wie das Wasser über die Ufer getreten ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020